so hallo und willkommen mal nach langer zeit mehr zu einem horror video und das spiel wurde von sich von jemanden gewünscht grüße gehen raus grüße gehen raus an wolfie und dann natürlich auch wenn ihr es anguckt ja ich würde mich mal überraschen lassen mal gucken wo ist das licht kann noch ein bisschen hell ich würde sagen wir machen das mal ein bisschen runter aus dem grund weil ein bisschen horrorfaktor noch erhöhen aber nur ein bisschen so am besten so ein bisschen so so ist das schön oder perfekt von vorne ein bisschen licht auf jeden fall ist jetzt schon mal dunkel gut ich mache mal kurz auf lautstärke wieder hoch das ding ist nämlich ziemlich laut aber naja wir starten direkt rein ich muss mich mit Daniel Riley in der Station um zu sehen was für die Maintennance braucht ok wir starten also einfach mit einem weißen Van e drücken um Sachen aufzunehmen und das sieht doch erstmal ganz schick aus hier da ist schon so in einer Art Sirene ok Nebel und wir sollen erstmal reingehen gucken was Wartung braucht ach F für Taschenlammeln ok wo ist die da warum ist die Power aus der Generator in der Garage muss wohl da muss wohl in der Sicherung raus geflogen sein gut dass ich Elektriker bin ich kann das nicht lesen alter die Kläre blablabla achso er ist aus Langeweile gestorben wir kriegen sehr wir kriegen kaum noch Anrufe vom Radio selbst ein Walkman ist kaputt gegangen es ist 1988 was kann ein Mann dort in diesem Jahr tun um seine Langeweile zu vertreiben ne Wally wenn du das siehst dann weißt du ich bin gestorben und werde dich für immer jagen oder heimsuchen da ist er denn übrigens ein Nintendo Entertainment System mit naja ok gut äh ja wir sollen mal kurz auf den Generator gucken wo ist denn der Generator Generator wo bist du jetzt kein Generator wo soll ein Generator sein oder ist er draußen ach der hier ja seht aus wie eine kaputte Sicherung zurück habe ich ein paar extra hinten im Kofferraum kann man nicht rennen gibt es kein Sprint das ist ja super optimal gut Sicherung da sind sie ich seh sie hey werft ihr nicht weg die brauchen wir schreit denn hier so hallo Nachtuhr und so mein Gott bitteschön there we go jetzt kann ich die Hauptpower anstellen gut machen wir das doch wo ist denn mein Power hä nicht blind hier perfekt schön schön blablabla ja ok holy shit hallo wer ist denn da äh und wer bezahlt das jetzt also irgendwas ist hier draußen ja ach nee leuchtet doch irgendwas kann man suchen nee ah ich hab ne Stamina Bar ah ich hab ne Stamina Bar ok jetzt kann ich rennen wenn ich ne Leiter hätte könnte ich da hochkommen ja äh du brauchst ein bisschen mehr als ne Leiter ich glaub nicht dass du das Auto so mit der Hand anheben kannst ach ok 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 gut also dann fixen wir mal das Auto in der Garage du bist neue Räder neue Batterie und ja Sprit so klingt das ein bisschen komisch ist ja gut ist ja gut Dankeschön ok Räder ist das Ding laut alter ja wo finde ich Räder vielleicht müssen wir mal da hinten hingehen vielleicht gibt es ja da eine Leiter oder Räder oder was auch immer oder Tiff Drum Ach mein Stamina da ist Not Recharge oh ja das ist natürlich blöd woher kommt das soll ich mir Sorgen machen ich seh nix oder seh ich etwas ich glaub nicht ich hab verstanden dass ich nicht alleine bin Alter ist der Generator laut ey so Sprit haben wir sag mal Siren Light kannst du mir ein paar Räder versorgen ich hab irgendwie keine achso ah ich sollte mir vielleicht auch mal die Dings angucken da war ich gerade da war ich gerade hinter der Garage geht es noch weiter ich muss weg von diesem Generator das ist übelst laut so wie ich mich kenne werde ich hier wahrscheinlich sterben ja ok ich geh nicht in die Richtung ist ja gut dass ich alleine mein Gott ich hab irgendwie so bisschen das Gefühl dass er gleich angehört kommt und mich einfach wegnetzt das ist komisches Gefühl sag ich euch ähm ich seh aber auch nix ich finde der kommt erst ab einem bestimmten Triggerpunkt oder wenn ich ganz weit weg bin wenn ich ganz weit weg bin bestimmt Alter ist weit weg ist gut oh nö wer kommt oder man spielt doch mal was anderes jetzt haben wir dieselben Tracks mit Leiter ok da ist ein Triggerpunkt jetzt war das hier ein Triggerpunkt oder ah shish ah shish ah ne run boy run hä 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 wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er soll ich zurückrennen ach da ist er du bleibst da ja am besten ist du despawnst einfach ich seh dich ich seh dich ja du brauchst nicht näher kommen wo ist es müh wo ist er ey, das ist so schwer zu sehen da und du kannst rennen Ja, okay, das ist... Wisch! Ich warte nur bis du abhaust. Bitte? Ja, was jetzt? 1, 2, 3... Okay, jetzt ist er sauer, glaube ich. What? Oh. Der teleportiert sich! Der Arsch teleportiert sich. Das finde ich jetzt echt nicht nett. Ey, was ist denn das? Hä? Der teleportiert sich da sofort hin? Und schuldig, ist er weg. Was ist wohl die Scheiße? Okay, das ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr, sehr blöd. Komm, geh weg. Also. Sobald wir zur Leiter gehen, spawnt er da direkt. Sobald wir irgendwo anders hingehen, spawnt er da direkt. Das ist doch nicht fair! Ja. Okay, pass auf. Er ist jetzt? Wo ist er jetzt? Irgendwo da hinten, okay? Ich geh jetzt hier hin und der Spot gleich direkt wieder auf meiner linken Seite. Werde ich mit euch. Oder direkt vor mir. Ey, das ist doch nicht normal. Man kann das Game doch so nicht gewinnen. Ja, komm, scheiß drauf, Alter. Grabby, grabby. Und wieder ist er wieder hinter mir. Ja. Warte. Ich hab' sowas noch vergessen. Ja, komm, geh weg. Da ist er weg, sobald ich zum Auto gehe. Ist er wieder da? Guck, da ist er wieder. Der Gude. Und der ist wieder weg. Und jetzt geht er wieder zum Auto. So, aber jetzt nicht, ich krieg' das Auto damit runter. Achso, Batterie. Ah. Aber brauchen wir nur noch neue Reifen. Boah, Alter. Okay. Ich darf für einen Moment, der steht direkt hinter mir. Ja. Ja. Das war's. Das war's nicht so. Ja, ja. Ja. Joi, 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 joi. Alles gut. Bist du ja gerade in den Baum ge... Ähm, okay. Hier haben wir noch eine Leiter. Das ist kacke. Wir brauchen... Ja, man hört sich so fuck wie der sich teleportiert, ne? Du bleibst da, ja? Nein, Junge, bleib doch da stehen. Bleib doch da stehen. Ja, ich bin tot. Ja, nee, das wird nichts. Das wird nix. Das wird nix. Oder doch? Okay. Wir haben das Rad. Wir müssen nur noch zurückkommen. Denkt ihr, wir schaffen das? Okay, drei. Na, warte. Eins. Go. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Na, komm. Ja, genau. Ja, nee. Es ist vorbei. Das war's. Das war's. Ja, bye bye game. Ja, keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Aber ich hoffe, es war unterhaltsam einigermaßen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ciao. Euer Red Gamer. Ich habe es gar nicht mehr bekommen. Vielen Dank.